So ihr Lieben, heute schauen wir mal in das Bestimmungsdeck. Was gibt es denn da Schönes? Was haben wir denn da Schönes? Danke sehr. Verliere dich nicht auf der Suche nach höheren Ebenen. Lebe dein Leben mit Freude und in der Gemeinschaft mit Freunden. Bitteschön, ich zeige euch das mal. Verliere dich nicht auf der Suche nach höheren Ebenen. Ja, wir können natürlich uns in vielen Ebenen verlieren, sowohl in den höheren als auch in den niedrigeren. Je nach Wunsch kann man da in die eine oder andere Richtung gehen. Aber die goldene Mitte zu finden, das wäre natürlich das Ideal. Also wenn wir die goldene Mitte finden zwischen verschiedenen Dingen, zum Beispiel zwischen Arbeit und Spiel. Arbeit und Spaß oder zwischen Familie und Berufsleben oder zwischen Sport und Ruhezeiten. Ja, also es gibt so viele Dinge hier in der Dualität, in dieser Matrix, in der wir leben, wo wir uns immer zwischen zwei Richtungen entscheiden können. Und einmal gehen wir ein bisschen in die eine und dann ein bisschen in die andere, so wie ein Pendel. Und schön wäre es, wenn sich das Pendel nur so ganz leicht um die Mitte bewegt, so ein bisschen rechts, bisschen links und nicht so ganz extrem in die eine Richtung und voll extrem in die andere. Solche Menschen gibt es auch, die müssen in die Extreme gehen, weil sie sich sonst irgendwie nicht spüren. Aber die meisten von uns streben ein ruhiges Leben an mit einem ganz kleinen Wechsel rechts und links von diesem Mittelpunkt. Das Leben tut uns aber manchmal automatisch auf einen Punkt schmeißen, der relativ weit von der Mitte weg ist. Entweder ganz im einen Extrem oder ganz im anderen Extrem. Zum Beispiel extremer Reichtum oder extreme Armut oder so. Anstatt, dass man sagt, okay, man bewegt sich irgendwo um die Mitte. Das ist natürlich dann schwierig als Aufgabe, aber auch das ist zu meistern. Also wir alle erleben in irgendeiner Form, in irgendeinem Lebensbereich irgendwann einmal so ein Extrem. Und diese Karte sagt dir, verliere dich nicht im einen Extrem, also in dem Fall das höhere Extrem. Dass du zum Beispiel sagst, ich tue neun Stunden am Tag nur noch beten. Oder das wäre zum Beispiel ein Extrem, wo man sich in den höheren Sphären verliert. Man sagt, okay, ich lebe jetzt eigentlich nur noch für Gott und bin jetzt überhaupt nicht mehr als Mensch wirklich da. Sondern ich verbringe einfach neun Stunden am Tag mit Beten und den Rest durch Essen und Duschen und Schlafen gehen. Das wäre so ein Extrem, wo man sagen könnte, man verliert sich in diesen höheren Ebenen. Oder jemand, der total zum Beispiel binge-watcht auf YouTube diese ganzen Nahtoderfahrungsvideos oder der eins nach dem anderen Tarotkartenreadings auch anschaut. Auch das kann zu einem Extrem führen. Zum Beispiel bei Tarotkartenreadings ist es so, wenn die zu addiktiv werden, also wenn man da in so eine Art Suchtverhalten reinkommt und immer eins nach dem anderen guckt, dann lebt man ja gar nicht mehr richtig, weil man sitzt ja nur noch vor dem Bildschirm. Man nimmt ja nur noch von außen so Informationen wahr, hat aber gar keine eigene Lebenserfahrung mehr. Und das wäre zum Beispiel so ein Extrem, wo man sich im Höheren verliert. Oder wenn man, was weiß ich, jetzt da mal, sagen wir mal, nichts anderes machen, als sich irgend so was reinzuhauen, ja, der würde sich extrem im niederen Bereich verlieren. Und vor diesen Extremen sagt dir diese Karte, nimm Abstand, sondern bleib schön um die Mitte, also schön um den Nullpunkt herum, mal vielleicht plus eins und minus eins, aber nicht plus zehn und minus zehn. Ja, also das wäre so die extreme Richtung, in Zahlen ausgedrückt. Und dieses Thema ist natürlich für jeden von uns ganz persönlich, ja. Wir müssen wissen, was für uns auf dieser Skala eigentlich als extrem gilt und was für uns als total ausgeglichen und mittig gilt. Das nimmt nämlich jeder Mensch anders wahr. Aber ich bin mir sicher, dass du das weißt, was für dich heißt, sich nicht in den höheren Sphären zu verlieren, sondern einfach mal ein bisschen zu leben, ja. Tatsächlich als Mensch auf der Erde zu leben mit allem, was dazugehört, mit allen positiven und negativen Gefühlen. Das ist das, was diese Karte für mich zumindest aussagt, ja. Ich entlasse dich damit in diesem Tag und wünsche dir ein schönes Dagerl. Baba!